Olympiasiegerin zu werden, Medaillen zu gewinnen, ist harte Arbeit. Ressourcen zu schonen hingegen kann sehr einfach sein. Dafür können wir im Alltag mit kleinen Dingen beginnen, wie zum Beispiel der richtigen Trennung des Mülls. Wusstet ihr, dass diese Lampe tatsächlich zu den Elektrogeräten zählt und somit nicht im Hausmüll, sondern an eine Sammelstelle gebracht werden muss, um entsorgt zu werden? Bitte denkt mit und entsorgt diese Lampen im Handel, in einer Sammelbox. Der Planet wird es euch danken.